Ich glaube, Xayah hat mir gesagt, zu improvisieren. Zumindest, das ist der einzige Teil des Planes, den ich erinnere. Können wir? Okay, wir haben eigentlich den Kolon. Aber Luba auch. Lass ihn reindrücken, die dürfen das nicht. Wir haben einen Topside-Start. Das heißt, er ist Level 3 unten. Luba hat Sheet gestartet, oder? Joa, was fun. Wir werden vor der Lulu 2, können wir auch den versuchen. Wir gewinnen das nicht. Auch nicht, wenn Lulu 1 ist? Ne, ne, der hat Windshield. Doch, safe gewinnen wir das. Wenn du jetzt auf die Lulu gehst, geh auf die Lulu. Wenn du jetzt auf die Lulu gehst, gib mir das safe. Hat der W oder E? Keine Ahnung. Es ist, glaube ich, legit egal, wenn Lulu 1 ist. Du bist schon relativ low. Die wird jetzt auch eh im Moment 2. Naja, das ist kein Problem. Ich habe die Falz. Ja, die wird jetzt auch gleich 2. Okay. Die haben keinen Heal, ne? Okay, ja. Oh, da ist er. Ah, ich habe ein bisschen gejockt mit dem Fletch. Ich hätte nicht flaschen müssen. Ich hätte hier, ich hätte hier W drücken müssen. Ich habe ein bisschen zu viel Schiss gehabt, irgendwie. Wenn der, wenn der da, warte, warte auf Kragert ist. Jetzt. Au, meine Augen. Au, meine Augen. Au, meine Augen. Au, meine Augen. Ja, aber Lulu hat Glück gemacht. Es war nicht. Ich kann hier einschließen. Ich hätte nicht, ich hätte nicht mit Q starten sollen. Nein. Das war, das war greedy. Mit E hätten wir die Ex-Schläge gekillt. Ich brauche 1 Minion, 3. Perfekt. Oh, Xen ist da. Können wir spielen, oder? Ja. Haben wir. Scheiß Windball, Alter. So toxic dieser Skull. Die Ex-Schläge ist dann. Ich liebe Yasuo. Kappa. Okay, nächste Rotation haben wir. Wir müssen aufpassen, dass Sir Graves nicht kommt. Der macht jetzt wahrscheinlich die Skrattel. Wenn sie nicht schon dann ist. Er spielt doch so... Ja, der Xen ist noch hier, oder? Der spielt so cocky gerade. Ja. Ich gehe da rein, mach Silver Damage, und ich komme einfach zurück zu dir. Ich habe keinen gemisst, Scheiße. Das ist alles so risky gerade. Ich habe nichts, ich habe nichts, ich habe nichts. Oh, der sind so low. Der spielt so cocky da, dass er so low ist, ne? Mir ist das so nervig. Kling, kling, kling. Ah, es war, es war fucking low. Ne. Ne. Ja. So, der ist bei so Yasuo, bei so Yasuo spielen, denkst du halt immer, die sind einfach nur dumm und deswegen overextenden die so. Du weißt es halt nie. Es ist halt immer Coinflip. Wenn die es wirklich einfach nur aus Dummheit machen und du sie nicht punishst, ist halt scheiße. Aber wenn die es doch nicht aus Dummheit machen, dann ist halt auch scheiße. Ah man, ich mag diese Non-ADC-Spotlane echt alle überhaupt nicht. Syndra, Vega, Yasuo, die können sich alle mal in Popo geben lassen. Syndra übrigens, wie wir das Turnier gespielt haben, oder war das Turnier? Ne, ne, ne. Das war, was war das? Clash. Ähm. Ich hab dann die nächsten Tage extra geguckt, was sie in der LEC picken. Und da wurde immer Syndra gebannt, wenn Kaiser gepickt wurde. Ja, ja, das Match-Up ist nicht spielbar, glaub ich, für Kaiser. Aber Syndra ist halt auch einfach, wenn den LEC und Supporter spielen, ist es halt der beste Flex im Spiel gefühlt gerade. Wir sollten ihn einfach trotzdem easy chunken können, glaub ich. Hm, ich hab, ich hab acht. Acht auf E, acht auf E, acht auf E. Wenn der jetzt rauskommt. Ich liebe Yasuo. Ich mein, der spielt tatsächlich nicht bad, aber so disgusting, Alter. Also du machst einen Auto-Attack, wartest auf deinen zweiten Auto-Attack, in der Zeit macht der Q, E, W, Auto-Attack, Q, E. Kannst du? Ich will ne Xen-Move? Hm. Ich hab hier wieder... Ich weiß nicht, wo er ist. Der Chilling ist mit Xen-Move. Ich hab einen DR-B auch gefällt, da war noch ein scheiß Minion. Hier ist ein Pink. Ah, wenn ich da gewesen wäre, wäre sie dead. Scheiße. Ja, aber dann hätte sie nicht die Wave gefreezed. True. Ja, wir müssen raus. Wir fahrten uns. Das ist immer noch der Pink-Bot. Den können wir nehmen. Ah, der Gragas kommt wieder Bot-Side. Das heißt, wenn wir die Wave-Freezen, dann... Ich verpasse ja den Ken. Dann ist ja gleich wieder da. Ah, ich verpasse ja nicht. Nice. Ja, der ist gleich Six, ne? Xen ist top. Hm, ich bin nächste Wave-Six. Gragas geht top. Du bist nächste Wave-Six? Mhm. Well, I can win for her. I can heal already. Perfect. Okay. 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 Nee, Exhaustik nicht. Hm, der hat... Der hat glaube ich keinen Exhaust. Ich glaube, der hat mich nicht geused. Exhaust hat er vorhin auf mich verwendet. Nicht hier, aber das ist schon wieder ein Settle her. Ja, safe already. Ich kann nicht vollsteppen. Der ist gleich. Der ist Six. Oh, jetzt geht der Spaß jetzt richtig los. Oh, what? Aber ich habe jetzt Ulti in einem Minion. Ich gehe auch fischen. Jetzt wissen die es nicht. Xen bot? Ja, Xen bot. Ich habe keinen Bock, dass der hier uns da ist. Ja, ich glaube, wir sind da, weil wir... Ich gebe ihm einfach die Knowledge. Ja, ich gebe ihm einfach die Knowledge, dass wir das wissen. Topling kriegt halt Royale schon wieder auf die Schnauze. 30 CS behind. Ich gebe der ist trotzdem da. Ja, der ist trotzdem da. Ähm, nein, nein, wir müssen unter dem Tower bleiben. Ich habe noch Mana für W. Mach die Wave, mach die Wave. Scheiße, Trick. Okay, wir müssen uns verbissen. Lauf einfach. Ich habe so viel Spaß in dem Game gerade. Ist das disgusting, Alter. Aber wenigstens 2 verloren. Ja, ich hätte wahrscheinlich nicht mehr flashen sollen. Vergessen, dass Camille Camille ist. Boah. Ist halt so hart, ne? Der Yasuo wird einfach gefeatet, weil er Yasuo ist. Ist ein bisschen sad, irgendwie. Schwierig, schwierig. Der kriegt da oben aber wenigstens ein bisschen Gold. Ja, die spielen halt super Overgrowth. Aber der X-In spielt halt mega um sie rum. X-In spielt halt mega um sie rum. X-In ist dann krabbe. Ja. Oh, scheiße. Ne, habe ich nicht. Oh, oh. Leave, leave. Leave Casio, leave Casio, leave Casio, leave Casio. Okay. 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 Schon wieder hier. Ich habe Ulti in... Ja, wir müssen hier raus. Kastik hat TP. Kastik hat TP. Kastik hat TP. Auf ihn, auf ihn, auf ihn, auf ihn. Okay. Ich habe Ulti. Ist gut. Ulti? Ich habe keinen Ult. Oh. Aber sie hat. Nice. Es ist dumm, wenn er die Windwall besser selbst überlebt. Die hat lebtet noch. Hm. X-In ist hier, ne? Bro, X-In ist hier. Wait. Ist er nicht? Indy Targo? Ja. Unbending? Maybe. Perfekt. Minions? Schade. Ne, ist leider ein Challenging Smite, Xenjao. Den kann ich nicht töten. Ja, war super dumm vom Gragasai überhaupt hinzugehen. Keine Ahnung. Wir wussten ja, dass sie da sind. Ich treffe halt keine E auf den, äh, keine Wehe auf den, auf den Yasuo. Der macht einfach eine E durch. Mit dem, mit dem, mit dem Boots. Der ist viel zu schnell. Einig. Aber, okay, ich gues, mitteln hat Solo-Kid, Kasuo ist jetzt gut im Game. Toplane kommt halbwegs klar. Mein Yasuo ist hier trotzdem scheiße gefeedet, aber... Der Dex hat den Skill gezeigt, ja, mit seinem folgenden Klicksbait, da hat er mich aufplayt, der Junge. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn da hätte irgendwie töten können. Ich glaube nicht. Ich hätte vielleicht meine Ulti-Mate nicht für den Yasuo usen müssen, aber ich hatte Angst, dass ich da sterbe schon. Ich hab Ulti in N5. Ich hau mal Vision an. Versucht nicht zu pushen, der Gragas kommt dann wieder. Der Yasuo pusht eh dagegen, instant. Yasuo Q hat halt genauso für Rangeman Autotecs. Oha. Feels gut. Windfall ist raus. Cool. Oh, Polymorph ist auch raus. Ich hab leider keinen Flash mehr. Ah, sie haben es gesehen. Aber wir können ihn vielleicht den Weg abschneiden. Ja, ja, guck, 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 guck. Was ist gleich Ulti? Ich hab keine Stacks. Oh. Ja, ich hätte nicht auf die Lulu gehen sollen, die war dead. Ich hab unerschätzt, wie hart der jetzt über euch nimmt. Ja, er hat halt den Phantom Lancer, deshalb überlebt er ziemlich lange. Nee, der ist so tinky. Das Problem ist ja, wir struggeln ja schon mit dem Yasuo ordentlich. Aber dann kommt auch noch eine arschgefiedelte Kamille an, die fünf Turret-Blading bekommen hat und Turret-First-Blet. Das Ding ist, wir könnten swappen, ich möchte aber nicht. Nee. Oh Gott. Sag doch einfach WQ und drei Autotext. Das ist einfach egal. Einfach so tun, als wenn wir hier dann gehen. Komm mal. Oh Gott, sie hat mich wohl gemacht. Ich hab keine Ahnung, ich konnte halt nicht auf den Yasuo gehen gerade. Ah, I guess. Ja, vielleicht hätte ich's machen können. War my bad, I guess. Na. Du hast keine Ulti mehr, ne? Ja, doch, doch. Ich hab zu hart gesplittet. Ich bin auf die Lulu gegangen. Ja, Axin ist da. Ich bin auch ziemlich dick jetzt. Du musst dich eigentlich nur selber peelen. Gegen den Xin. Gegen Xin und gegen Yasuo und gegen Kamille. Ja, gegen Xin. Für Yasuo muss ich die peelen. Ja. Ich meine, wir können das, glaube ich, front and back spielen. Ich bin ziemlich gut im Game. Nice. Okay. Warte, Mitte. Tower nehmen. Die haben Drake gemacht. Ich geb dir einen Backup. Oh. Da kommt alles. Ultian 25. Wait, aber er geht mit, Sir. Oh. Okay. Das sind jetzt Next Level Rotations, oder wie? Absolut Next Level. Ich verstehe die jetzt nicht ganz. Ich verstehe die jetzt nicht ganz. Wieso gehen unsere Leute in der Mitte? Warum in der Mitte? Wir haben keinen Tower bekommen. Ja, also 3 gegen 3 gestorben. Bin da. Wer wollt? Wenn ich, wenn ich weh hätte. Aber ich nehm dich. Boah. Natürlich alles gebetet. Holy shit. Wie lange die einfach überlebt hat. Die Camille ist auch das Gusting. Ah, sie hat, sie hat Lulu Ulti bekommen. Jo. Und dann halt nochmal ihr Passive Shit. Und dann nochmal Lulu Shit. Perfekt. Ähm, ich hab irgendwie nen Shutdown bekommen. Minz. Ja, auf der Camille, ne? Ich hab jetzt Sekes und Boots. Ich hab jetzt Sekes und Boots. Hm, Asi Mitter. Steht nur 3. Der ist useless. Der hat kein Item. Aber der hat wohl jetzt im Zweifel. Perfekt. Ähm, wir müssen bitte nichts machen. Wir bekommen gerade auf der Side of FC Tower. No. Der ist so wieder gleich irgendwo hinrotieren. Da hab ich ein bisschen Angst. Er ist unten. Aber die gewinnt das. No? Camille top. Der wird Harding Agent top, glaub ich. Können wir da, können wir muven? Ich muve. Klar. Wer stirbt jetzt, no? Guter Flash. Guter Flash. Bin hinter dir. Warte, 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 warte. Okay. Wollte ich eigentlich nicht machen, aber... Ja, ich hätte mich genommen, sonst... Hm. Ich krieg Top Tower. Ich bin echt gefeatlet jetzt. Das ist nice. Warte, geh ich hier AP oder AD? Ich glaube, wir brauchen AD-Damage gerade, weil der Darius noch behind ist, hm? Hm. Hm. Was geht? Der Darius ist... Doch, der ist halt wegen den Playdienst, aber es geht eigentlich voll. Nur zwei Kills. Aber er wird trotzdem keinen Schaden machen. Ja, das stimmt. Ähm... 12 auf Ulti. Mutig. Ich hasse seine E-Mann. Da kommt alles. Ich hab jetzt... Oh, ich wollte es mal probieren, aber... Hm. Fuck Klaus. Ich verkauf die Jameis wieder. Ich brauch meinen E-Wolf hier. Ich könnte ein Recht haben mit dem Core. Ich hab AWP, aber die... Ich bin noch nicht ganz in Range. Ja, ja. Die sind safe dran. Die sind safe dran. Wir haben den. Kann man den nicht. Jetzt ist kein Bar. Keine Waffe. Keine Waffe. Okay. Mütter pushen? Hm. Ja, das ist Mütter. Wir haben keine Waffe mehr. Scheiße. Das Game ist eigentlich echt equal. So, Cassio und... Kragas sind mega strong. Ich bin auch strong. Und im Gegenteil ist ja Xen. Yasuo, Kamel. Mega Strength. Kamel ist nicht da. Ich hab zwar keine Ulti, aber... Die dürften nicht zu schnell sein. Auch mit den Backports. Kamel ist top. Ja. Ja. Das war D2. Das geht. Ich könnte D2 verleben. Ja, D2 verleben wir sowieso. Wir müssen besser. Rasta, rasta, rasta. Cassio hat Sonja. Ich glaub, die kann die. Kann mir sogar facen. Brauch halt Hilfe jetzt hier in der Mitte, ne? Mhm. Okay, dann droppen wir halt den T2-Turm einfach so. T2 können wir nicht dürfen. Es müssten alle resetten noch. Ich würde gerne, dass die Gegner groupen. Das hätte ich gerne. Ich kann super nice flanken bei denen. Ja. Ja, die können ja auch nicht so gut switchen. Die haben nur Asi-Range. Ich glaub, 5 gegen 5 haben wir eine gute Chance. Wir halten nur die Priorität auf der Sideline irgendwie. Hm. Keine Kaiser, keine Kaiser, keine Kaiser, keine Kaiser. Ich bin gerade alleine. Ich bin jetzt in Ranger, Bolt. Ist eigentlich kein guter Spot. Ja, hier können wir nicht falten. Viel zu easy Flank für die Gegner, glaub ich. Wir ziehen jetzt Mitte. Ja, ich glaub wir müssen hier rein. Ja. Take this. Hast du? Perfekt. Guter Follow-up mit Ulti. Puh. Hast du Asi-Ulti geflasht? Ja, ja. Puh. Sonst war ich ziemlich dead gewesen. Hm. Ne, ich glaub nicht seine Ulti, aber er ist gerade reingedasht. Also ich hab ein bisschen vorher geflasht, glaub ich. Ja, das ist halt so, wenn man mit Kai'Sa im Fight gut spielt, fühlt man sich schon wie Gott, aber solche Fights zu finden mit Kai'Sa ist halt echt nicht so easy. Er hat echt fett, ich muss das Game Carrying. Weiß, ob ich hier für GA oder für Infinity-HK gehe. Welche, die will du catchen? Ne, kann ich nicht. Ähm, wir müssen jetzt auch was nicht herbezogen. Können wir warten? Ja, ich... Die hat die Solo, ne? Warte. Da hast'n Xen, pass auf. Ginguchi. Da war noch mehr. Weißt du, ich soll GA gehen oder Infinity-HK? Ich glaub du wirst gecatcht, wenn die auf die flashen, ne? Bring dir in GA was? Wieso gehst du nicht zu Sonya? Ja, ich bin halt jetzt halb AD, aber... Das macht nichts. Ich glaub Sonya's ist smart, true. Bekommst du, bekommst du BA Upgrade mit Sonya's? Ja. Ja, dann ist perfekt. Das ist nice, das ist nice. Ja, da hier zwei Turrets erst. Die Map-Pressure hier zu kriegen ist echt schwer. Ging erst... Ah, wir scannen auch gut. Wollen wir mal gucken. Ist echt mal ausnahmsweise ein knappes Spiel. Die Castle macht jetzt echt schon auch viel damage. Ich hab jetzt halt keinen Flash mehr. Ja, ich werd Bot mal antuschen. Aber das Problem ist halt, ich werd zu keinem Zeitpunkt mehr... Die wissen was, die wissen das. Ja, ja. Ich push die Beifahrung, dann geh ich weg. Weiß ich warum der Darius followed jetzt. Ich hab Ult ready. Was muss ich, was muss ich im Fight Sonya'sen? Kamill-Ult oder Yasuo-Ult? Ah, die Scheiße gibt's ja auch noch. Alter, war der schon immer so tanky? Okay. Okay, dann Drake. Give up, Drake. Nash ist halt jetzt... Können wir Nash trainen vielleicht? Wir mounten. Wir haben Castle Kaiser. Komm vor? Können wir? Ja. Was haben wir? Nice. Oh, 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 oh. Das ist greedy. Jetzt müssen wir fighten, sonst haben wir verloren. Nice Ulti. Aha. Hab ihn. Nice one. Die Kassia hat auch so gut geholzt gerade. Aber wir haben Minions. Können wir das enden? Wir können Facetanken. Schaut auf die Kamill. Ah, die will In-Up nehmen, oder? Okay, warte. Nur nicht die Minions. Jetzt haben wir dann einen Minion verloren, das wir brauchten. Ne, wir wissen was. Wir haben das eine Minion. Jetzt ist ein Minion da. Er ist auch da. Nein, wir tanken. Ne, ne, wir müssen raus. Es ist da. Oh, yeah. What are you doing? Oh mein Gott. Ich hab nichts für sie. Raus da, raus da, raus da, raus da. Stimmt auch. Oh, nevermind, der Kitsi. Nice. Ähm, hier runter, hier runter, hier runter. Nein, okay. Ja, ich hab... So, die Frage ist, geh ich jetzt dann nochmal für mehr AP, oder geh ich dann doch noch für Infinity Edge? Ich glaub, ich geh für Ravadance. Ja, wir sind deutlich stärker jetzt. Ich hab jetzt auch wieder Flash. Ah, vom IFF. Ich hab auch alles ab. Ich hab auch alles ab. Da ist er überhaupt dran. Ah, die pushen halt Botlane nochmal aus. Nein, nein, nein. Jetzt warten, warten, warten. Wir haben halt keine Sidelines. Wir dürfen die Minions nicht buffen. Wenn die, wenn die uns jetzt catchen, sind wir komplett am Arsch. Wir wollen nicht, dass wir Mitte durch können, um ehrlich zu sein. Müssen Top pushen. Versuchen wir Top, ja. Die, die wollen aber Mitte. Ah, ist irgendein. Was? Wir haben noch gar keine Waves. Womit sollen wir denn pushen? Wenn sie, wenn sie versuchen wollen, müssen wir darauf followen, sonst. Sonst engage die auf uns. Verify? Glaub ich, ja. Ja, ja. Sidelines sind halt absolut terrible. Es passiert gleich ein Fight, Brody. Okay, sie gehen top, sie gehen top. Wenn sie jetzt Botlane gehen, haben wir verloren. Ja, einfach resetten. Keine Ahnung, warum wir in der Mitte durch den Kranz. Das war so dumm. In Asis 2.05 war er trotzdem bereit. Siechen können wir nicht gegen den. Ich kann jetzt schon uns. Können wir spielen, glaube ich. Ja, Yasuo ist hinter uns. Der ist alleine, go, go, go. Ich stehe hier, ich stehe auf ihm, ich stehe auf ihm. Er wird in uns reinlashen. Perfekt. Jetzt können wir Mitte. Mitte. Interessant tip hier. Nein, wir haben keinen Nash mehr. Botlane fightet. Das ist okay. Ja, er halte ihn ab. Ich interrupt nochmal. Kannst du hier noch eine W machen? Der Asis chased mich. Der Asis hat einen Turrent verbrannt. Der Asis ist verbrannt. Dein Team hat einen Inhibitor verbrannt. Außer. Ja, weiß ich nicht. Es gibt schon Eurfe. Ich dachte, ich kann keinen S P. Aber er hat sich mit Stopwatch schon nicht drauf geachtet. Ja er hat die Zoni auch zusammen. Ist schon los. Dicker Shattern jetzt auf der Asie, tausend Gold scheiße, ich hab still Flash, so, ich hab alles da. Für mich ist Top, wenn wir da fighten, scheiß auf den Cloud Drake, muss den Bot auspushen, äh Top auspushen, wenn wir da fighten verliehen werden. Wie bist du bei uns? Fighten, beeindruckend, wir sind Barren. Ja warte, ich hab bei uns. Ich glaub ich hätte einfach nur den Xen wehen sollen und nicht ulten sollen, einfach interrupten sollen, das wär glaub ich besser gewesen. Was passiert? Okay, wir machen den jetzt. Ist doch noch nicht ab, ne? Mitte ist Auto-Push. Wir machen den einfach wirklich. Klasse ist noch nicht da. Oh, please. Please, gewinnt uns 50-50. Snap, glaub ich, kein Flash. Die wollen fighten, die fighten, die fighten, die fighten, die fighten. Kannst du mit mir kommen, kannst du mich peelen, kannst du mich peelen? Ich hab leider nichts für dich. Hab E. Okay. Okay, GG. Oh, anstrengendes Game. Oh, schau. Du bekommst sogar anerkennende Gegner. Das hab ich echt nicht schlecht geschwitzt. Mit Drücken läuft. Aber hartes Game, der Ödi ist es, ey. Ja.